hey leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von atlas endlich bei moppi angekommen sind wir auf der immerwährenden mission die gebaute das gebaute objekt zu finden und ich habe es gerade gesichtet das ist da oben also würde ich sagen kadhi geht vor kadhi sagt die insel ist böse also dass ich sie zuerst sterben das sieht man schon wir gehen erst mal hin und dann fahren wir an würde ich sagen oben hier waren wölfe und wölfe sind schnell ich bin dann im bett ich bin dann im bett da kommt wolf ich bin im bett nee ich bin dann im wasser da ist es ich glaube ich sehe schon ein smiley und die müssen wir da jetzt hochkommen bär bär hochkomm ups die rennen doch nicht so wie denn da nach oben das wird schön gehen stimmt mit dem kletterhaken aber von hier aus sieht man das ja die tesi ja so sieht sie aus ja oder aus manu kommt man garantiert hoch im haken wahrscheinlich oder wahrscheinlich gibt es auch im weg aber das ist zu kalt hier um nach dem weg zu suchen mir ist warm komischerweise nicht cheater gewärmt vielleicht eine runde rum oder ist sie zu kalt und dann dann stehen wir drunter wir sehen es doch von hier richtig gut man ja ist ja schon gut da kann man sogar rein ja schon gut dann suchen wir jetzt den weg da nach oben ja wir müssen doch diese arbeit holdigen und feiern und nah aufnahme genau dann sterben wir ja 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 das kann gut möglich sein auch schon ich will hier hoch man ja 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 viele krawall bürsten weil krawall bürsten sind hier ja mäh es sieht doch nicht danach aus ob man nach oben kommt geht zumindest nicht da kommt man hoch kommt schon ja ja auch um hallo wir sind ein team gelegentlich manchmal aber immer öfters da ist sie diese gerade tag der offenen tür ja schande naja mein man kann da rein deswegen man kann da rein jetzt wäre ich beinah runter gefallen der kopf ist aber nicht mittig ne ich wollte es verkleifen und ich habe es ausgesprochen aber ey die tsi wirklich eh nicht tsi ist auch immer ja holztei ja sie ist auch nicht ganz gerade ne ja also ich muss sagen perfekt getroffen und endlich gefunden bloß nicht runter fallen oh gott nicht runter sehen endlich endlich ne ich schuldige dir oh große tsi so tief bin ich nicht gesunken um das zu tun oh gott nein ich am heiligen ort ja doch du hast angefangen hab ich gar nicht schön gemacht schön gemacht bekommt ne 1 1 plus und sie freut sich sogar ja das ist tsi ja die warte auf mich bin sie zu kalt bin mädchen ich muss sie runter ach bist du jetzt abgesegert sag mal aber ich glaube aber wieder hier kommen sie der muss mal wieder runter ey ooooh ich wäre gerne reingegangen bei der tsi mhm äh mhm ne mhm edia wo bist du hinter dir echt kann man hier runter vielleicht ich glaube das würde wehtun oh kalli ach tschüss 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 falsche richtung ey krawallbürsten ich glaube nicht dass das die falsche richtung ist wenn ich hier wieder die krawallbürsten sehe ist das die richtige richtung ja ich gehe auf der anderen seite lang auf der anderen seite lang ja mhm und ist eben gekonnt ja falsch gekonnt mh wie ich gehe am ufer entlang ja geh mal gehe auf direkten weg zu unserem bötchen ich auch weiter gar nicht und ja muss den falschen weg latschen na du echt ja kann nicht sein du gehst den längeren weg echt ich spür doch gar nicht mehr mit dir tust du aber warte mal wo bin ich denn siehste ich bin gleich beim boot ich bin gleich beim boot für das so wie es ist trocken sonst wo rein mir jahr elia rette mich doch mal was ich soll mir irgendwas trocken irgendwas was ja das boot du bist aber ein hübscher was ja du wolltest ja den kürzeren weg nehmen der wenigsten hübsche tiere ja ich steig moppi noch mal aufs dach ja steig mal hat er hier nur drauf her ein pferd was ein pony äh sag mal arsch oder wat hier es ist ein pony was außen ausguckt fury darksiders ernsthaft es ist ein pony ich will streicheln oh nee sag mal wo bin ich denn hier wo ist denn diese ich bin auf der falschen seite oh ey die spitze von dem sperr das war ja waren die schweine eigentlich akkursiv ich glaub nicht oh nee nee will ich nicht geht doch ja nicht mit dir ey ich höre da ne kuh drin ich höre dich kuh lass mal aufs dach wieder steigen hab ge bock mehr ach die kadhi wieder mal die verläuft sich wie i und die ja weil du nicht warten kannst ey du bist weggerannt gar nicht weggerannt du bist auf die andere seite gerannt ich bin an den freiweilbürsten vorbei das war richtig ja ich bin auch richtig gelaufen nur einen anderen weg arsch ey tja wer hatte recht wer hatte recht war keiner die helia genau kalli schau dir gleich mal einen ochsen mit ey kann ja mal der passt doch eh nicht aufs boot bei uns eh verdammt das hat nicht funktioniert so ein scheiß man verdammt das probieren wir noch solange die kalli unterwegs ist wieso hab ich hier nicht wieso hab ich hier nicht wo ist richtig oh ich war doch nein ich war um das brauch ich nicht ah 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 antikalli brauchst du wieder mal na was denn ich brauch was gelbes zum essen hier vielleicht den bären maul ist da hinten ein pony ich glaub da hinten ist ein pony und da unten knut was ich glaub da hat was hunger hm guck mal ob die kalli gleich kommt ich hab da gerade irgendwas gesehen hast du was gelbes zum essen ne also nur noch sehr wenig nur noch sehr wenig ok können wir ich glaube hier oben bleiben bonnie ich glaube ich hab die kalli gerade gesehen klappe das ist alles das falsche ist das das ist alles falsch hier what keine ahnung idea man ja alles das falsche so paar bären mitgenommen und dann schauen wir mal die grün müssten ja irgendwas sein ja wilde potatoes doch hm ich hab doch gerade ihren namenszug gesungen wo ist sie denn nimm dir du heimel ach da hallo ja genau da pony mobbi ich will auch ein pony willst du mir eins schönes level 30 danke und am besten schwarz ja und schwarz ja cool was war hier angeditscht scheitert dass man die statue nicht von weiten sieht oh kalt abt nach hause kurzer besuch mobbi hast du fein gemacht kurzer besuch es war ein langer besuch ich glaub fast die stormnir hä ist das nicht lustig nicht lustig oh wir hätten ein screenshot von der statue machen sollen klappt oder wir sägen nochmal heran und machen das von weiten falls es aufplöppt falls es aufplöppt ja eine schildkröte und das teil muss schon wieder repariert werden hallo jahre später geht gleich los das ist normal hier ja das ist früh und später ja ja die segel mensch da war ja was man sollte sich mal langsam in bewegung setzen hier schön wow warum hören sie schildkröten an wie die krokodile hm ja an sich ja ich bekomme meine fehlende fps wieder zurück wuhu auch nicht immer demolition hier so ein rotz das ist eine ganz schön große insel äh velum nicht insel ne die a ja ja säge ich weiß sorry ne mehr säge kann ich dir aber nicht geben naja ich weiß es ist wieder hier ein rausesüttümpel vom allerfeinsten ich glaube die statue sehen wir leider nicht von weiten ne ne da müsste man sehr nah ran ach das hat mir nicht weh getan oh nein jetzt reden jetzt auch noch mach unser fass auf das fass ist doch schon auf juhu und riesenwelle oh god der wind dreht sich hier oh level up was willst du haben äh gewicht oder ist jetzt eh schon schon zu spät mhm und dann würde ich sagen nächste mission umzug oh ja der wird groß naja zuerst äh muss gebaut werden ja nächste mission bauen ja wir gehen ja fast unter sah grad komisch aus mhm iliaman ja bitte ach einfach so wo ich es kann wo ich es kann na komm kletter hoch wir sind aber auch von der von der richtung gekommen schade dass man das nicht von weitem gesehen hat oder wir haben es übersehen das könnte auch sein oder wir sind da so eine spezialisten dafür pass auf linke seite hier sind sandbänke ja ist ja sehr ersichtlich tut man sieht oh scheiße ist es kalt naja aber die weiß ich ja nie ne das tut mir gar nicht weh wenn ich runter plumpse nicht hoch genug ich glaube das sieht man hier nicht ne nee leider nicht gehen ja unter hier fast um wie keine ahnung an banknö ne doch da sieht man es da ist es da ist es auch wie plöppt warte vielleicht kann ich ein screenshot von weitem machen hab ich gemacht von ganz ganz weit ach carly nicht dein ernst gar nix ach nee oder ich kann hier sogar laufen halt gut ich hab ein screenshot gemacht danke fürs anhalten uuuuuh segel mach mal ein bisschen ach nee keine ahnung wir haben grad keinen wind ach du scheiße warte mal ich muss ich muss das ganz anders machen ja säge hast du erstmal nicht das wird sonst hier nichts und wieder und jetzt vollspeed raus hier komm schon ich glaub Mappi wird jetzt ne zeitlang Gäste haben weis wir hier nicht mehr weg kommen ja wir kleben hier förmlich fest ach carly ey was denn ich hab's doch gleich ich hab vertrauen natürlich ich länge mich hier so raus eigentlich frei unten rum frei? ja eigentlich ja aber er hat es wieder checkt hier na reich jetzt ja nicht jetzt mehr ja 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 vor uns ist halbwegs freie bahn oh das reicht ach hier hier bitte ja leute und sonst so guck dir mal die Welle an vor uns da möchte ich jetzt rüber brettern da möchte ich jetzt rüber brettern okay die nächste ich glaub das wird dauern carly das wird dauern jetzt ah ach jetzt ich nimm sie ich nimm sie ich will sie nehmen ich will sie nehmen sie ist sinken kurs unterwegs na gott sei dank na gott sei dank da ist er ja genau wo wir können auch nach unten sägen dann wären wir da wo wir bauen wollen halbwegs halbwegs das ist richtig dann können wir in der nächsten folge damit anfangen äh dazu bauen neuerte insel kukiken jetzt so elia ja mit a ich seh da nicht durch egal einfach fahren guck mal da steht ne kuh allein bei einer sandbank ich weiß jetzt nicht ob du nach oben fährst ich hab keine ahnung fahr nach oben oder wollen wir nach unten nach unten dachte ich wollen ja nach unten ne ja also drehen wir das ganze mal und Welle locker flockig genau die richtung dann machen wir das mal nutzen schau tese tüdüdü tüdüdü ach wir wollen mit ein bisschen mit äh mit dem mit richtig ja natürlich ja natürlich schon wieder dieses gefühl dass man gar nicht vorwärts kommt ach so machen die schl machen die schl hättet immer aus macht denn der pfeil da wandern der macht wieder einen wandertag für sich ja dass er wieder hinter uns zum stehen kommt da alter ist das kalt jep er macht einen wandertag ach komm schon pfeil bleib stehen aber wie groß der jetzt ist der pfeil sagt groß irgendwie weiß ich nicht der wandert weiter bleib stehen der wird weiter wandern bei uns ein glück Sea of Seas des grüßen ich glaube auch ja Arschwind der bleibt hinten stehen aber sowas von steck mich doch aber mit dem wind was machst du denn jetzt elektrion denkst du ich guck jetzt die ganze zeit langsam da in die andere richtung ja nee wir fahren mit dem wind ok dann wird die reise länger dauern so muss das jetzt aber kommt das reparieren wir jetzt hat jetzt bestimmt sehr viel gebracht aber ich will das hier nicht ja mach ich mal aber ich würde sagen mehr passiert ja hier nicht als das war nur richtung dahin gucken wo wir hingucken wollen wollte ich auch gerade vorschlagen und dann denke ich mir mal haben wir beim nächsten mal ich weiß nicht ne Hütte gebaut so ein bisschen für ein paar Viecher und dann benutzen wir ein etwas größeres Schiffchen das wieder bei uns untergehen wird ne für uns dann Glück hey das nicht ich kenn uns oh das war klein und dann machen wir hier ein Aufnahmepäußchen genau dann vielen Dank fürs vorbeischauen zusehen wie auch immer und bis zur nächsten Folge bis dann tschau 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 schau tschau tschau und du